Die Arteriosklerose ist eine Krankheit, bei der es zunächst mal zu Verhärtung in den Gefäßen, vor allen Dingen in den Arterien kommt. Die Bedeutung liegt darin, dass die Gefäße sich verengen können. In der Regel beginnt das in der innersten Schicht der Arterie. Hier lagern sich Blutfette an, es werden Entzündungszellen freigesetzt und ähnliches und hierdurch verschließt sich dieses Gefäß langsam. Das betrifft vor allen Dingen Herzarterien oder Beinarterien, zum Teil auch Hirnarterien und wenn sich das verschließt, kann das zu lebensgefährlichen Folgeerscheinungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder auch Raucherbein führen.